Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass du eingeschalten hast. Ja, wir spielen wieder Berlin V2, wer hat es gedacht? Erstmal Küsse gehen raus, dass ihr mich vor einer Woche oder so haben mich auf jeden Fall Leute erkannt. Der hieß irgendwas mit Cookie und so. Auf jeden Fall die Leute, die mich auf der Autobahn in Berlin V2 getroffen haben. Dankeschön, das war mal gerade ein bisschen laut. Die mich in Berlin V2 auf der Autobahn getroffen haben. Grüße gehen nochmal an euch raus, dass ihr mich erkannt habt. So, wir sind heute im Feuerwehrteam unterwegs. Es ist ja auch mal irgendwann wieder langweilig als Bürger nur zu sein. Und was ist denn nun passiert? Was ist passiert? Warum ich ins Feuerwehrteam gegangen bin? Ja, es ist ein neues Update draußen. Leider für Bürger nicht. Aber es ist ein neues Update draußen. Mega nice auf jeden Fall. Ich habe mir das gerade so krass schon angeguckt. Es sind neue Feuerwehrautos da. Nicht nur neue Feuerwehrautos, es ist auch noch ein Bahnübergang neu da. Ey Leute, was ist los mit Berlin V2? Weil es verbessert sich immer mehr. No joke. Und jetzt kommen auch wirklich die Updates immer hintereinander. Richtig viel. Jetzt können wir das hier machen. Wow. So, den nehmen wir auf jeden Fall. Weil ich mag so kleine Einsatzfahrzeuge mit denen rumzufahren. Und da fahren wir mal ein bisschen durch Berlin und schauen mal, ob alles auch in Ordnung ist. Und davor fahren wir uns erstmal noch die Bahnübergang anguckend. Falls die ein oder anderen Leute noch nicht das Update kannten oder gesehen haben, kann ich euch ja nochmal den Bahnübergang zeigen. Ja, super schön gemacht. Auch wenn es nur so klein ist, Leute. Wirklich. Also ich bin froh, dass sie überhaupt hier nochmal an dieser Strecke was ändern. Man kann ja wirklich nicht immer das Gleiche sehen, ne? Man muss auch wirklich mal was anderes sehen. Okay, hier haben sie es verkackt, ne? Das waren halt diese Dinger. Und, ähm, ja, da haben sie verkackt, was wegzumachen. Passiert, Leute. Passiert jedem. Ist nicht so wild. Man sieht es ja auch kaum. Also, alles gut. Auf der Autobahn hat sich, glaube ich, soweit nichts verändert. Ich bin da schon lang gefahren. Kann sein. Dann habe ich es aber nicht gesehen, weil ich dann blind bin. Wir werden heute in dieser Folge Feuerwehr sein und Rettungsdienst. Weil ich glaube, im Rettungsdienst-Team wird auch was neu sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es aber ja rausfinden. Und vor allen Dingen das... Das verstehe ich immer noch nicht, ne? Alter, hier steht mal jemand. Ist jemand gegen den Baum geknallt? Ich glaube, der ist einfach nur AFK, Leute. Der wird AFK sein. Dann das mit dem Rohr. Und fahren wir weiter. Dann das mit dem Rohr. Untertitelung. BR 2018 Da hat sich auch noch nichts weiter verändert, ne? Das ist auch immer noch so, wie es... Oh. Jetzt hab ich mich hier festgangen. Warum schreibt die da Fake-Nachrichten? Wo schreibt denn jemand Fake-Nachrichten? Keine Ahnung, was er meint. Stirb, bruh, ja... Zu spät, ich kann mich leider nicht wiedervernehmen, das geht nicht, bro. Ich bin kein Kanzler mehr. Ich weiß gerade gar nicht, was hier abgeht. Denken alle. Okay. Ja, dann bist du halt tot. Ich kann dir nicht helfen. Sorry. Ich geh. Ja, dann geh. Ach, was ist das denn jetzt hier? Och nö, die haben aber doch jetzt nicht ernsthaft ein Loch gemacht. Oh. Ja, ich bin ein Hahn. Ich bin ein Sch hopefully. Dich löschen wir. Weg damit. Einfach in das Rettungsdienst-Team. Haben wir da überhaupt jemanden drinne? Ja. So, was haben wir hier? Der war schon drinne. Der war auch schon, glaube ich, drinne. Ich guck, alles ist noch wie beim Alten. Also nehme ich den hier wieder. Mit Caddys komme ich hier sowieso ein bisschen klar. Die Felgen sind noch gut. Das ist VW. Nur die Reifen, Leute. Was ist das? Guckt euch das mal an. Also ich wusste nicht, dass ein Caddy solche fetten Reifen hat. Aber ich würde eher sagen, das ist ein Geländekaddy, ne? Da hinten schießt auf jeden Fall irgendjemand wieder in die Luft. Okay, tschüss. Garnabuse. Tschüss. 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 Aber auf jeden Fall war das richtig krass legendär, was da gerade mit dem Typen passiert ist. Ich sollte bremsen, ich sollte bremsen, ich sollte bremsen. Warte mal, gibt es einen neuen Bus? Das können wir jetzt mal ganz schnell gucken. Aber ich denke nicht. Zu einer Million Prozent gibt es keinen neuen Bus. Warum sollten die einen neuen Bus hier reintun? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ne, immer noch der gleiche MHN. Okay Leute, wir sind gerade hier sowieso am Busbahnhof. Ich teleportiere mich jetzt nochmal ganz kurz, ja zu eigentlich gar nichts, zur Bürgerteam. Bis zum nächsten Mal. Eine Ahnung! Ich weiß nicht, der Junge ist javerse Rom.